Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc Daten auf Gültigkeit prüfen. Vor allem, wenn Sie Tabellen erstellen, mit denen andere Personen arbeiten sollen, sollte sichergestellt werden, dass die eingegebenen Daten gültig sind. Auch bei der Eingabe komplexer Daten oder wenig gebräuchlicher Datenformate ist eine Überprüfung sinnvoll. Autorausführreihen oder Auswahllisten sind zwar für einige Datentypen hilfreich, benötigen aber vordefinierte Datenreihen bzw. Wertelisten. Weitere Kriterien können Sie über den Menübefehl Daten Gültigkeit festlegen, etwa wenn die Eingabe eines Datums oder einer Zahl erforderlich ist oder wenn eine Zelle nicht leer sein darf. Hier können Sie einen zulässigen Wertebereich definieren oder einen erklärenden Hilfetext oder eine Fehlermeldung festlegen. Auch können Sie festlegen, ob eine Zelle eine falsche Eingabe abweisen oder nur eine Warnung herausgeben soll oder ob im Fehlerfall ein Makro aufgerufen werden soll. So könnte ich jetzt zum Beispiel hier für Zelle A1 festlegen, Daten, Gültigkeit, Kriterien, es soll nur eine ganze Zahl sein, ist gleich und zwar nur mit Wert 1, also nur die Zahl 1 ist gültig. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Zahl 2 versuche, bekomme ich hier der eingegebene Wert ist ungültig und es wird nichts gespeichert hier in der Zelle A1. Bei A2 geht das natürlich, weil ich da noch nichts festgelegt habe. 1 ist okay. Das war UserPowerForDopenScreenCast. Ciao und viel Glück!